Der Uni Bonn wird eine Briefmarke gewidmet. Anlass ist das 200-jährige Jubiläum der Universität. Wir sind zunächst mal riesig stolz. Ich glaube, das trifft für alle Universitätsangehörigen zu. Wir können die jetzt in alle Welt schicken, auf Postkarten, auf Briefen zu unseren Kooperationspartnern im Ausland. Die Studierenden, die Internationalen können das tun in ihre Heimatorte. Wir haben 5.000 internationale Studierende. Damit tragen wir dieses Jubiläum wirklich in alle Welt hinaus. Die Marke zeigt den ersten Satz der Gründungsurkunde, das damalige Siegel und einen Turm der Universität. Neben dem Rektor, dem Jubiläumspräsidenten, Hochschulräten und Senatoren, erhielt auch der AStA-Vorsitzende einen Satz der Sonderbriefmarke. Ja, ich durfte die stellvertretend für die Studierendenschaft für alle 37.000 Studierenden annehmen. Vielleicht legen wir sie ja bei uns im AStA aus, dann kann jeder auch mal sehen. Ich wünsche ihr weitere 200 Jahre und vielleicht manchmal mehr Wilhelm von Humboldt als Friedrichs Wilhelm. Endung. Endung. Vielen Dank.